Was ist das Grundeinkommen? Das Grundeinkommen verkövert nur ein Prinzip. Und zwar das Prinzip, dass der Mensch das Recht hat, an der Gesellschaft teilzuhaben, zu leben, zu essen, sich zu kleiden, eine Unterkunft zu haben, ohne dass er dafür irgendwie eine Gegenleistung erbringen muss. Das heißt also, das Grundeinkommen wäre auch als nicht monetäre Leistung vorstellbar. Und wir haben de facto schon nicht monetäre Grundeinkommen in Deutschland. Zum Beispiel jedes Kulturhaus, was frei vom Eintritt her ist, nutzbar ist, jede Infrastruktur, jeder Park. Übrigens auch hier jetzt diese Veranstaltung. Ach nein, müssen wir hier Kirchentagseintrittskarten haben? Nein, ne? Also, faktisch ist so etwas wie eine nicht monetäre Ermöglichung der Teilhabe an der Gesellschaft. Also, in dieser Ebene haben wir bereits schon so etwas wie Grundeinkommen, aber nicht als Geld gezahlt, sondern als infrastrukturelles Angebot, als Angebot miteinander etwas zu tun. Und es gibt in Deutschland auch bereits ein Kindergrundeinkömmchen, nämlich das Kindergeld. Das steht erstmal jedem Kind auch zu, von einer spezifischen Zielgruppe. Natürlich brauchen wir dort nicht über Zwang zu arbeiten, Gegenleistung spricht bei Kindern, das ist ganz klar. Also, mir geht es nochmal darum, das Grundeinkommen ist nur dann als Einkommen monetär zu verstehen, solange eine Gesellschaft Zugänge zur Teilhabe und Existenzsicherung de facto monetär auch ermöglicht, oder beziehungsweise behaupte erstmal voraus, dass man Geld hat, um irgendwo reinzukommen. Umgekehrt heißt das, wenn es Bier umsonst gäbe, bräuchte man kein Geld mehr, da könnte ich also ein Grundbier ausreichen für jeden. Das für heute Abend als Werbeblock. Das dazu. Okay, jetzt zu dem Thema Grundeinkommen. Ganz kurz eine geschichtliche Übersicht und dann werde ich auf ein bestimmtes Modell zu sprechen kommen. Und bei der geschichtlichen Rekapitulation der Idee des Grundeinkommens wird auch deutlich, was die Idee eigentlich wirklich meint. Es geht nämlich nicht nur um eine technologische andere Form von sozialer Absicherung, es geht um einen grundlegenden Wandel der Gesellschaft. Thomas Peen und Thomas Spence, zwei Engländer, die sich viel mit Menschenrechten beschäftigt haben, haben 1796 das Thema Grundeinkommen, die Tagesordnung erstmalig im Abendland gesetzt. Also im europäischen Kontext, würde ich dazu sagen. Und zwar vom Hintergrund der Armutsdebatte und der Menschenrechtsdebatte. Sie haben gesagt, es gibt Armut, eine Ungleichverteilung von existenzsicherungen und Teilhabemöglichkeiten und es gibt sowas wie ein Menschenrecht. Und das Menschenrecht haben sie abgeleitet vom Naturrecht, es war eine naturrechtliche Debatte, die sie damals geführt haben. Sie haben folgendermaßen argumentiert. Sie haben gesagt, die Erde, die Natur, die Ressourcen, die uns allen zur Verfügung stehen, gehören allen. Die sind gemeinsam, ist gut. Es dürfte bibelfesten Leuten nicht ganz unbekannt sein, diese These. Alles, was die Natur uns bietet, gehört allen gemeinsam. In der Geschichte gab es eine Entwicklung, dass sich bestimmte Leute entweder über Gewalt oder andere Herrschaftsformen bestimmte Dinge, Naturressourcen angeeignet haben, sie ausgebeutet haben für Profitzwecke, beziehungsweise für Erbszwecke und so weiter und so fort. Das war dann eine hochgradige Arbeitsteilung, die er nicht zurückdrehen wollte, auch die Herrschaftsverhältnisse nicht, sondern er wollte, also Thomas Peen wollte so umgehen damit, er sagt, die, die die Naturressourcen nutzen, müssen einen Teil der genutzten Naturressourcen, die sie faktisch durch die Arbeit wertschöpfend noch weiterentwickeln, abgeben an alle anderen Mitglieder der Gemeinschaft, inklusive sich selbst, sie gehören zur Gemeinschaft dazu. Und das war eine Begründung für das bedingungslose Grundeinkommen damals. Thomas Benz hat das noch ein bisschen weiter getrieben, er hat gesagt, wir enteignen erstmal alle, machen also die Privatisierung rückgängig, verpachten, also geben sie das Land zur Nutzung an Menschen einfach frei. Dafür wird eine Gebühr gezahlt für die Nutzung, heute wird man Pacht dazu sagen. Und aus dieser Pacht heraus wird das Grundeinkommen für alle Gemeinwesenmitglieder finanziert, übrigens auch schon damals Infrastrukturen, Clubhäuser, Wege, Straßen, Brücken etc., alles was jemand braucht an Infrastrukturen für die Gemeinschaft. Und was bei ihm sofort mit zusammenfiel, das nächste Thema, es geht nicht nur um Infrastrukturelleisung, Grundeinkommen, das nächste Thema war, alle haben das Recht darüber zu bestimmen, wie diese Gelder im Sinne der infrastrukturellen Einsätze gebraucht werden. Es geht sofort um die Entwicklung und Demokratie bei dem Thema. Ich sage das ganz bewusst dazu, weil viele Modelle, das haben wir vergessen zu sagen, die Demokratisierung der Gesellschaft ist die Kehrseite des Grundeinkommens aus meiner Sicht. Übrigens auch bei dem namibischen Projekt, was morgen vorgestellt wird, wo Bischof Zephania Kamita da ist, wo es ja um ein bedingliches Grundeinkommen geht, war das Thema Demokratisierung der Gemeinde ein ganz wichtiges Thema. Also, da kam dann neben der Demokratisierung übrigens noch folgender Punkt dazu, Frauenwahlrecht. Also Frauen hatten sofort die Möglichkeit, nicht bloß zu wählen Abgeordnete für die kommunalen Abgeordnetensysteme, sondern auch direkt demokratisch sich zu beteiligen. Also ich halte nochmal fest, Grundeinkommen, sagten sie, Infrastruktur, Demokratisierung, inklusive Gleichstellung der Frau, was demokratische Prozesse betraf. Das war 1796. 70 Jahre später war Charles Foyer zugange, der meinte, wir brauchen so etwas wie Entwicklung von lokalen Ökonomien, wo sie meinten, wir wollen eine Gesellschaft errichten, wo Menschen sich gemeinsam harmonisch miteinander verbünden und produzieren entsprechend ihrer Befehlungen. Also es wurde das Prinzip erarbeitet, dass die anziehende Arbeit, im Gegensatz zu damaligen Aufkommen der Intervisierung, die entfremdete Arbeit, nicht anziehende, unattraktive war, der man für du, kann man bei Marx wunderbar nachlesen, dass die anziehende Arbeit nur so entstehen kann, wenn sie a. von mir gewollt ist, meinen Fähigkeiten und meiner Fähigkeitsentwicklung dienlich ist und natürlich dem Gemeinden bedient. Es gab demokratische Abstimmungsprozesse, wer hat was wie zu machen, man konnte wechseln entsprechend der Fähigkeiten und auch bestimmten Gemütslagen, man könnte bestimmte Teams verlassen, wenn man den einen nicht mehr erriechen konnte und die andere. Also es war eine relativ freigestaltete Gesellschaft, aber, hat er gesagt, zur wirklichen attraktiven Arbeit gehört noch eins dazu, nämlich das bedienungslose Grundeinkommen. Weil das ist der letzte Punkt, dass ich nicht gezwungen werde, irgendeine Tätigkeit, die mir nicht schmeckt, auch wenn ich Wahlfreiheiten habe, abzulehnen. Das ist auch der letzte Punkt in einer demokratisch gestalteten Gesellschaft, sie hat das ja damals verstanden, zu sagen, als gleicher Bürger auf gleicher Augenhöhe niemals in die Existenznot zu kommen und damit abpressbar zu werden. Charles Foyer, Victor, Konzertan, Mitte des 19. Jahrhunderts. Dann geht es ein Stück weiter, ich lasse mal einige jetzt aus, dann kam irgendwann mal Erich Fromm, demokratischer und humanistischer Sozialist, der dann auch in den USA gelebt hat und da gab es einen großen Streit in den USA, es ging schon um das Thema, wie gehen wir mit der Armut um und Fromm sagt, okay, wir brauchen bedingungsloses Grundeinkommen für alle. Es gab einen neoliberalen Gegenspieler, Neomontistiorist, Milton Friedman, der hat ein anderes Konzept, gab er erstmal zu Fromm. Fromm war der Auffassung, wenn ich in eine andere Gesellschaft kommen will, muss ich neben bestimmten Prozessen Demokratisierung der Wirtschaft, Abschaffung der Werbung, also ganz klar Konsumkritik, viele kennen das Buch vom Haben zum Sein, also die ganzen Fragen, wenn ich eine lebenswörterliche Ökonomie entwickeln will, die mich in meinen Fähigkeiten voranbringt und die sinnvolle Dinge herstellt und eben nicht für die Ressourcenverschwendung etwas tut, dann muss ich die Gesellschaft grundlegend wandeln im Sinne von Demokratisierung, ich muss aber auch ein Grundeinkommen einführen, weil es genau die Freiheit des Mittuns erst ermöglicht und auch des Nein-Sagens können und auch des Mitbestimmens können und hat viele andere Dinge gebracht, Gleichberechtigung der Frauenwaffe im Thema Abschaffung der Rüstungsindustrie und und und, es gibt eine ganze Palle, die bei Ihnen vorkommt. Ich will damit sagen, das Grundeinkommen war immer eingebaut in einen anderen, mit vielen Bausteinen, anderen Bausteinen versehenen Gesellschaftsentwurf bei Erich Fromm. Milton Friedman aus der Neoklasse, Neomontistioristischen Schule hat ein ganz anderes Konzept gehabt, er hat es auch gesagt, ein Grundeinkommen, aber alle anderen Sozialleistungen abschaffen und das Grundeinkommen sehr niedrig gestalten. Das Ziel seines Grundeinkommens war nicht die Emanzipation von einer Arbeits- und Konsumgesellschaft, wie wir sie kennen, sondern die weitere Hineindrängung in diese. Das Grundeinkommen sollte so niedrig sein, dass ich de facto gezwungen bin, in der Tretung des kapitalistischen Wirtschafts nicht mitmachen zu müssen. Das war der Gegenspieler damals. Das war Erich Fromm. Und ein paar Jahre später kam dann unser André Gorz mit Abschied vom Proletariat, wie das alles hieß, wo er sich dann vom orthodoxen Marxismus versuchte zu befreien. Und er hat jahrelang André Gorz gerungen mit sich, mit dem Thema Grundeinkommen. Er war immer für eine andere Arbeitsgesellschaft offen. Er sagt, wir brauchen eine Kulturgesellschaft, wo es nicht darum geht, Güter und Dienstleistungen des Konsums herzustellen, sondern in dem Sinne, dass ein Gemeinwohl und Individualwohl entsteht. Das war seine erste These. Zweite These war, wir kommen immer mehr in eine präkarisierte Gesellschaft hinein, wo schlicht und ergreifend schon die extenzische und die klassische Erwerbsarbeit nicht mehr funktioniert. Dritte These war schlicht und ergreifend, Proletariat schafft es eh nicht mehr so unterentfreundeten Lohnmalorat drin, das kann nicht mehr das revolutionäre Subjekt sein. Und er hat aus dieser Melange versucht, aus marxistischen Thesen und aus anderen, eine Dreigliederung, so würde ich es mal sagen, zu entwerfen, wie eine Gesellschaft anders gestaltet werden kann im Sinne einer Kulturgesellschaft. Erstens, bedingungsloses Grundeinkommen einführen. Hat er jahrelang damit gerungen. Er war nicht ursprünglich der Meinung, dass es gut ist. Er hat sich dann durchgerungen dazu. Zweitens, das Recht auf Unterbrechung der Erwerbsarbeit. Heute würden wir sagen, Arbeitszeitverkürzung als gesellschaftliche Regelung. Aber selbstbestimmt der Natur, nicht kollektiv unbedingt vorgeschriebener. Was auch meint, Recht auf Multiaktivität. Also ich kann mich in verschiedenen Tätigkeitsformen und Bereichen der Gesellschaft eindringen. Das ist meiner selbstbestimmten Balance meines Lebens, meiner Biografie überlassen. Und drittens, und das ist das Spannende, wir brauchen wieder öffentliche Räume. Also nicht nur weg von der Privatisierung öffentlicher Räume, die immer mehr kommerziell versetzt werden, sondern wir brauchen Räume, wo die Leute miteinander beginnen, ihr Leben und ihre Produktion neu zu gestalten. Das wäre sozusagen eine Richtung, auch die Richtung Subsistenzwirtschaft gehen könnte. Bei ihm war das deutlich ausgeprägt, dass von diesem Bereich der öffentlichen Räume, also wo Menschen miteinander selbstorganisiert arbeiten und leben, dass diese Räume hineinstrahlen in die Erwerbsarbeitsgesellschaft und von daher quasi die Erwerbsarbeitsgesellschaft humanisieren. Das war so sein Ansatz. Aber die drei Dinge gehören bei ihm mit dazu. Das war ein ganz kurzer Ritt durch die Geschichte.